Jungs, herzlich willkommen hier im Tanzboden, denn da befinde ich mich gerade und ihr wisst am 3. bis zum 5. Dezember geht es eigentlich los mit den AC Pro Series Feinds, nein, Alienware Feinds, Season 17. Wir haben eine Bustour gestartet in Berlin, geht es um 7.30 Uhr los über Leipzig und natürlich auch Kasse, es wird sehr sehr fett. Hier in Köln kommen wir an, natürlich sind wir auch noch woanders, schaut mal selber rein. Wenn ihr aus dem Norden kommt, so wie ich, dann könnt ihr auch über Hamburg, Bremen oder Osnabrück kommen, das dauert sich auf jeden Fall. Oder ihr kommt halt aus dem Süden, dann habt ihr auch eine Tour und zwar von München über Stuttgart und Frankfurt, hier direkt nach Köln zu den Alienware Finals der Season 17. Ich hoffe wir sehen uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017